Hi Leute und willkommen zurück. Wir zocken heute Indian Ruby. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Das hilft uns wirklich sehr, sehr weiter. Und ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal, ab wann es hier mal endlich losgeht. Ich bin gespannt. Schade, wenn jetzt noch ein zweiter Elefant dabei gewesen wäre, das wäre doch nicht schlecht gewesen, oder? Oh man, wann kommt denn endlich mal was? Ich bin wirklich sehr ungeduldig und ich würde echt gerne mal die beiden Elefanten mal wiedersehen. Aber egal. Oh ja, da sind sie doch dabei. Das ist doch mal was. Na endlich. Okay, und? Okay, okay. Oh, ja. Weiter geht's. Kommt der fünfte noch? Der kommt meistens nie eigentlich, aber ja, schade. Naja, egal. Immerhin. Okay. 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 Yes. Yes. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020